Wir wollen ein bisschen mit Klischees aufräumen. Marius, sag doch mal, was ist so ein Klischee, mit dem ihr immer mal zu kämpfen habt? Genau, ja, so das grundsätzliche Klischee ist, die Geburtereinigung ist nicht sexy. Was gibt es denn da so für Orte? Ich habe vorhin ja auch gesagt, Tatortreinigung. Genau, also zum Beispiel jetzt im Kino, jeder war schon mal im Kino oder im Theater, dass man da hinter die Kulissen gucken kann, im Schwimmbad. Wenn man Schwimmbadreinigung hat, wenn das Wasser abgelassen wird, man guckt überall rein, wo ist der Pumpenraum. Wir sind bei Coca-Cola tätig, man guckt da hinter die Kulissen. Überall kann man irgendwie reingucken, kann irgendwie einen Einblick erhaschen, was es irgendwie auch spannend macht, finde ich.